Und wir haben jetzt einmal geschwind schauen wie trocken das ist die Schwester. Trocken, trocken, trocken am 8. April 2020. Kein Regen seit ewig. Voll der Wind, voll der Wind. Ein paar Wärme werden wir jetzt ziehen. So, weg damit und gleich gibt's Wassermarsch. Wassermarsch. Super, funktioniert, Egnis. Wuiiii. Wassermarsch. Also 3 Minuten. Auf jeden Fall die Dings. Und sind die gleich trocken. Trocken. Wie bitte? Na warte, ich kann das jetzt hören, ich muss jetzt so geschwind. Bei diesem Stab trocken, die lassen sich die Blätter fallen. Na sehr gut, das habe ich mir den Schuh aufgerissen. An dem Klumpus. Da hat jemand einen spitzen Ding hergemacht. Der macht ihn sowas. Sicher die Althoferin. So. Wow. Das kommt davon, wenn man keine Hilfe beim Filmen hat. sehr gut. Giszy, giszy, giszy. Giszy, 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 giszy. Ja, das geht sich genau, genau 10 cm nicht raus, wo du um die Ecke gehst. Sachen gibt's, schaubtrocknen, Gott sei Dank haben wir das Regenwasser, das ist noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Ja, da, 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 da. So, was geht denn da?